ein abartiges hallo leute hier jetzt auf freiem felde auf einer wunder wunderschönen bank es ist ihre traumlandschaft irgendwo in der wallachai hinter laibach rengershausen da in der ecke ich weiß es nicht genau ich habe es nicht rausgefunden ich bin hier zufällig gelandet jo aber ich muss jetzt einfach mal ein bisschen ausspannen ein bisschen runterkommen und das ist jetzt auch der grund für diese kleine wortmeldung ich bin sie euch schuldig weil ich habe ja das tutorial mitte juni versprochen die fortsetzung also teil drei leute ich komme nicht zum schnitt wie ich das jetzt gerne wollte das ist das problem ich habe zurzeit jetzt zwölf stunden tage ich bin fix und alle abends und ich bin wirklich dabei jetzt das gesamte atelier in kisten zu verpacken die stapeln sich in der küche schon bis zur decke inzwischen es ist krank es ist ultra krank und parallel läuft jetzt im neuen haus noch immer die baustelle also die letzten feinarbeiten tja ich hoffe einfach dass ich mit dem tutorial irgendwann die nächste zeit noch in die gänge komme also gönnt mir einige tage aufschub aber mit mitte juni das wird knapp ich werde mich bemühen aber ich möchte nichts falsches versprechen deswegen dass überhaupt mal wieder was auf dem kanal kommt deswegen jetzt mal dieses mini kleine kurz video haut rein leute und ich möchte euch natürlich hier jetzt ein bisschen teilhaben lassen an dieser wunder wunderschönen landschaft hier bis zum nächsten mal ich freue mich und ich bleibe abartig gut drauf aber ich bin ein bisschen am verzweifeln mit diesem durcheinander umzug haut rein ciao